Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Why Jesus. In diesem Video soll es uns um das Thema gehen, und das hast du wahrscheinlich schon am Videotitel gelesen, warum die Bibel nicht irgendein altes Buch ist. Ich bin Samuel und ich freue mich sehr, dass du heute dir dieses Video anschaust. Ich hoffe, du bleibst auch bis zum Ende dran und änderst hoffentlich, je nachdem, wie dein Denken aktuell ist. Naja, vielleicht auf dein Denken gehst du einfach objektiv in das Thema dran. Genau, wir wollen uns heute anschauen, dass die Bibel wirklich einzigartig ist, sich von jedem anderen Buch, das wir haben, auch von jedem anderen religiösen Buch, deutlich abhebt und wirklich, wenn man sich die Bibel anschaut, und das werden wir auch heute sehen, dann sieht man, dass die Bibel nicht irgendein Buch ist, sondern sie ist das Buch. Und dazu wollen wir uns in diesem Video einmal die Entstehung der Bibel anschauen, dann ihre Einheit, ihre Einzigartigkeit in den Aussagen, den Fortbestand der Bibel und den Einfluss der Bibel. Und wir wollen dann von diesen Themen uns, von diesen fünf Schritten oder von diesen fünf Punkten uns dieses Thema anschauen. Okay, wir kommen zur Entstehung. Was da ganz interessant ist, ist, dass die Bibel in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren geschrieben wurde. Manche Rechnungen sagen vielleicht ein bisschen weniger als 1500 Jahre, andere sagen sogar 1600, 1700 von 1. Mose an, wo Mose das Ganze geschrieben hat, bis Offenbarung, die von Johannes geschrieben wurde. Fakt ist, wir liegen bei ungefähr 1500 Jahren und den genauen Zeitpunkt haben wir nicht unbedingt, aber wir wissen die ungefähre Zeitspanne. Und die Bibel wurde nicht nur über 1500 Jahre hinweg geschrieben, sondern auch von über 40 verschiedenen Autoren oder Verfassern geschrieben. Und da waren ganz unterschiedliche Leute dabei, zum Beispiel Fischer, aber auch Dichter, Gelehrte, Könige und so weiter. Aus allen möglichen Gesellschaftsschichten kamen diese Leute. Und es waren nicht einfach immer nur die gleichen Leute oder eine Person, die die Bibel geschrieben hat. Und was auch dazu kommt, ist, dass die Personen ganz unterschiedliche Gefühle oder ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Gemütsverfassungen oder in ganz unterschiedlichen Verfassungen waren. Die einen hatten Freude beim Schreiben und haben einfach fast ihre Freude so untergeschrieben. Die anderen waren verzweifelt. Und außerdem wurde die Bibel an drei, in drei verschiedenen Kontinenten geschrieben. In Asien, in Europa und in Afrika. Und auch in ganz vielen unterschiedlichen, sag ich mal, Orten oder Landschaften oder wie man das auch mal ausdrücken will. Zum Beispiel in der Wüste, aber auch in Orten wie dem Gefängnis oder auf Reisen oder in so einem Königspalast. An allen möglichen Orten wurde die Bibel geschrieben zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten, die in unterschiedlichen Stimmungen waren, die unterschiedliche Gefühle beim Schreiben hatten. Und was jetzt hier interessant ist, ist, dass auch die Bibel ganz viele unterschiedliche Textarten enthält. Zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Thema, zum Thema Einheit. Zum Beispiel Poesie, dann einfach Geschichte oder Biografie, Prophetie, also wo etwas über die Zukunft vorhergesagt wird. Und dann auch noch Apokalyptik, wo ja auch, beziehungsweise wo etwas gesagt wird, was in der Zukunft kommen soll. Das unterscheidet sich noch ein bisschen von Prophetie, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und auch einfach systematische Lehre. Diese ganzen unterschiedlichen Punkte und trotzdem, und das ist jetzt interessant, bildet die Bibel eine Einheit. Von 1. Mose an oder Genesis bis Offenbarung geht es um eine zentrale Botschaft. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Was das Evangelium genau ist, haben wir schon mehrfach auf diesem Kanal erklärt. Ich denke, wir werden ein Video dazu hier oben verlinken oder auch in der Videobeschreibung. Und mit dem Evangelium hängt auch die Person Jesus Christus zusammen. Und darum geht es in der ganzen Bibel. Es fängt schon im Alten Testament an. Dort wird eben Verschiedenes vorbereitet. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Prophetien auf Jesus Christus hin. Oder es wird dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Wo einfach gezeigt wird, sie schaffen es nicht. Das Volk schafft es nicht, dieses Gesetz zu erfüllen. Und das Ganze verbindet sich dann eben mit dem, was dann später im Neuen Testament kommt. Oder das Neue Testament schließt daran an und führt das Ganze weiter. Denn dann in Evangelien wird das Evangelium letztendlich offenbart. Im Alten Testament war die Vorbereitung. In Evangelien wird es offenbart. Denn dort kommt Jesus Christus auf diese Erde, erlebt ein komplett perfektes, sündloses Leben und stiert am Ende von diesem sündlosen Leben am Kreuz für diese Sünden. Auch dafür, dass die Leute das Gesetz eben nicht einhalten konnten, was aus dem Alten Testament kommt. Und jetzt endlich nach drei Tagen steht er wieder auf. Das wird uns in den Evangelien berichtet. Und dann in der Apostelgeschichte wird jetzt endlich diese Botschaft, das Evangelium, wird verbreitet. Und in den Lehrbriefen von Paulus zum Beispiel wird das Ganze dann, das Evangelium einfach tiefer erklärt. Wird diese Botschaft tiefer erklärt und einfach veranschaulicht. Und in der Offenbarung wird dann gezeigt, was in der Zukunft kommt. Wie sich das Ganze entwickeln wird. Wie die Menschen vielleicht auch in der Zukunft darauf reagieren werden. Okay, wir kommen zum dritten Thema oder zum dritten Punkt. Zu den Aussagen der Bibel. Und dass die Bibel auch da einzigartig ist. Und man könnte hier viele Sachen sagen. Ich will einfach nur mehr oder weniger auf zwei verschiedene Punkte eingehen. Einmal, das ist interessant, die Prophetie. Wir haben in der Bibel 6008 Verse, die eine prophetische Aussage enthalten. Und von diesen 6.008 Versen wurden bereits 3.268 Verse oder Prophetien erfüllt. Und das finden wir in keinem anderen Buch. Das ist einfach, das ist krass. Die Prophetien sind zum Beispiel über Israel, über verschiedene andere Nationen, über die Menschheit, über bestimmte Städte, über den Messias. Das ist also Jesus. Und ganz viele von diesen Prophetien haben sich heute in der heutigen Zeit schon erfüllt. Beziehungsweise bis zum heutigen Zeitpunkt schon erfüllt. Und ich bin mir sicher, auch die anderen Prophetien, wenn sie schon über die Hälfte erfüllt haben, werden sie auch die anderen Prophetien auch in Zukunft erfüllen. Und sowas finden wir jirgendwo. Vielleicht haben wir einmal einzelne Sachen, die auch wahrscheinlich durch Zufall irgendwie sich so ergeben können, dass eine Sache vielleicht auch vorher unklar prophezeit wird und dann später eintrifft. Das finden wir vielleicht vereinzelt. Aber wir finden jirgendwo diese Menge. Und diese krasse Fülle an Prophetien, an prophetischen Aussagen, die tatsächlich auch sich erfüllen und die tatsächlich auch eintreffen. Und der zweite Punkt, die zweite Aussage, worüber er sprechen will, ist die Geschichte Israels. Im Alten Testament, das Alte Testament sind die ältesten vorhandenen historischen Schriften, die wir haben. Und uns wird eigentlich durch die ganze Bibel oder gerade auch durch das Alte Testament tausende Jahre Geschichte Israels eigentlich beschrieben. Die Bibel ist in dem Sinne auch ein historisches Buch. Und hier finden wir auch nirgendwo etwas Vergleichbares, was auch nur ansatzweise anders herankommt. Wir kommen zum vierten Thema, zum Fortbestand der Bibel. Und hier wollte ich mir ungefähr erstmal einen Punkt anschauen. Und dann, wie die Bibel die Zeit überlebt hat, über die Jahrhunderte, aber auch die Verfolgung. Denn die Bibel wurde auch oft angefochten. Dazu kommen wir aber gleich. Die Bibel wurde über Jahrhunderte hinweg immer wieder abgeschrieben. Und trotzdem wurde nie der Text sinnmäßig verändert. Wenn du mir irgendwie das Gegenteil beweisen willst, dann kannst du ja gerne ein Manuskript zeigen, was man gefunden hat, was irgendeine ganz andere Aussage enthält. Oder eine ganz andere Lehre, die nicht zu der biblischen Lehre passt, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Das haben wir nicht. Wir haben keine Manuskripte oder keine Abschriften der Bibel, die irgendwie sinnmäßig groß etwas verändern. Wir haben vielleicht einzelne Textvarianten. Vielleicht werden wir in Zukunft noch darauf eingehen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Aber wir haben keine Stellen, wo jetzt wirklich etwas sinnmäßig verändert wird, beziehungsweise wo eine Lehre der Bibel irgendwie in Frage gestellt wird oder so. Und wir haben insgesamt über 5000, soweit ich weiß, 5800 oder so, zum Beispiel vom Neuen Testament, verschiedene Manuskripte, plus ein Zitat zu der Kirchenväter, plus Übersetzung von diesen Manuskripten. Und wir wissen einfach, die Bibel, das Neue Testament und auch das Alte Testament, dazu komme ich gleich, ist sowas von zuverlässig und wird sowas von zuverlässig überliefert. Beim Alten Testament, dazu komme ich jetzt auch, das wird teilweise Buchstabe für Buchstabe von Gelehrten abgeschrieben. Und da wurden sogar zum Beispiel Buchstaben, Silben, Wörter, Wortlaute gezählt. Und es wurde genau geschaut, dass wirklich nichts verändert wurde. Und deshalb wurde gerade das Alte Testament, ist eigentlich noch viel safer, dass das historisch oder beziehungsweise perfekt überliefert wurde. Im Neuen Testament, das wird meistens angegriffen, weil das ganze Lage ein bisschen schwieriger, weil vieles gerade in der Verfolgung am Anfang abgeschrieben wurde, bei schlechtem Licht vielleicht, unter Zeitdruck. Und es wurde nicht eben so darauf geachtet, dass das alles wirklich perfekt abgeschrieben wird, während im Alten Testament, das von den Rabbinern gerade und auch später, wirklich perfekt überliefert wurde. Oder es da ziemlich wenig Anzweiflungsmöglichkeiten gibt. Ich habe gerade schon Verfolgung erwähnt, dazu komme ich jetzt. Die Bibel wurde über Jahrhunderte hinweg, gerade auch in der ersten Zeit, zum Beispiel durch verschiedene Kaiser oder so, angefochten. Es wurde, Christen wurden verfolgt, wenn man eine Bibel zu Hause hatte, dann wurde man mit dem Tode bestraft. Und die Bibel sollten alle verbrannt werden, auch zum Beispiel im Kommunismus, wo die Bibeln auch ganz strikt verboten. Und trotzdem hat die Bibel überlebt. Trotzdem haben wir heute so viele Bibeln. Und trotzdem haben wir noch immer dieses Buch hier, seit über 2000 Jahren. Und das ist einfach, ja, schön zu sehen. Und vielleicht eine ganz andere Sache, interessante Sachen, die dazu kommt. Es gab einen, der, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der heißt Sidney Collett. Der ist 1778 gestorben. Und das war eine berühmte Persönlichkeit zu der Zeit. Und er hat behauptet, dass 100 Jahre nach seinem Tod nichts mehr vom Christentum, beziehungsweise von der Bibel, übrig sein wird. Und dass maximal vielleicht irgendwie im Museum noch eine Bibel steht oder so, oder irgendwie noch seinen Platz. Irgendwas findet aber nicht, dass die Bibel eben nicht mehr so präsent sein wird, wie zu seiner Zeit. Aber nur 50 Jahre nach seinem Tod hat dann die Genfer Bibelgesellschaft, die gibt es auch heute noch, ist ziemlich bekannt, in seinem Haus Bibeln gedruckt. Und das nicht nur ein paar, sondern haufenweise. Und die auch sogar in seinem Haus gelagert. Beziehungsweise mit seiner Druckerpresse gedruckt und in seinem Haus die ganzen Bibeln gelagert. Und wir hatten auch ganz viele Zeiten oder ganz viele Situationen, wo immer wieder die Bibel versucht wurde zu verbieten. Und trotzdem hat dieses Buch über die Jahrtausende oder die Jahrhunderte hinweg überlebt. Wir kommen zum letzten Thema, zum fünften Thema, zum fünften Punkt, zum Einfluss der Bibel. Und das gilt sowohl früher als auch heute noch. Die Bibel verändert Menschen. Das ist kein Geheimnis, im Gegensatz zu zum Beispiel dem Atheismus oder zum Agnosticismus oder anderen Religionen oder was auch immer. Wir sehen in der Bibel, dass Menschen, beziehungsweise wir sehen, dass durch die Bibel Menschen verändert werden. Zum Beispiel, ein biblisches Beispiel, nehmen wir einen Paulus, der ein Christenverfolger war, der Christen getötet hat, Christen verfolgt hat. Und zu jemandem wurde, der ein wirklich ein Märtyrer wurde, der ein brennender Evangelist, ein Missionar wurde, der über alles die Bibel geliebt hat, über alles Jesus geliebt hat. Und den verkündigt hat. Christen, Mörder werden zu Märtyrern. Leute, die mit Drogen dealen, werden zu brennenden Evangelisten. Leute, die vielleicht Verbrecher waren, im Gefängnis sitzen, werden zu Predigern, die auf der Kanzlei stehen, einfach nur dieses Wort hier verkündigen. Und Freude daran haben, Eifer dazu haben. Und wir sehen mehrfach, oder an so vielen Beispielen, dass die Bibel Menschen persönlich verändert. Und wir sehen auch, das ist der zweite Punkt, dass die Bibel auch die Kultur an sich verändert, zum Positiven. Zum Beispiel, wir haben ein, in Europa, die europäische Kultur, die westliche Kultur generell, wurde stark von der Bibel geprägt. Leider, in letzter Zeit entwickelt sich das Ganze auch anders, aber das ist ein anderes Thema. Aber bei Jahrhunderten hinweg wurde Europa wirklich stark von der Bibel geprägt. Und wir sehen, Europa hat eine insgesamt relativ funktionierende Kultur. Verschiedene Werte wurden durch die Bibel vermittelt, die es vielleicht in anderen Kulturen oder anderen Ländern nicht gibt. Und was ein Problem da ist, aber hier in Europa haben wir das, auch verschiedene Erfindungen und so weiter. Vielleicht werden wir in Zukunft nochmal genauer darauf eingehen. Auf jeden Fall können wir festhalten, die Bibel hat Einfluss, hat positiven Einfluss. Und sowohl um persönliches Leben als auch auf die Kultur. Ich will das Ganze noch einmal zusammenfassen. Wir haben fünf Punkte gesehen. Einmal, die Bibel ist einzigartig in der Entstehung, in der Einheit. Geh gerne zurück, wenn du das Ganze nochmal anschauen willst, in den Aussagen. Drittens, viertens in dem Fortbestand der Bibel und fünftens in der Wirkung der Bibel oder was die Bibel wirkt. Und ich hoffe, du konntest sehen, dass die Bibel nicht irgendein altes Buch ist, sondern dass sich die Bibel wirklich lohnt zu lesen, dass die Bibel heute noch relevant ist. Und bitte, sei doch einfach objektiv und geh vernünftig an das Thema dran. Und fang doch einfach selber mal an, die Bibel zu lesen. Fang gerne, kannst auch gerne beim Alten Testament anfangen. Ich würde dir empfehlen, beim Neuen Testament anzufangen und einfach mal die Bibel zu lesen. Und dir selber eine Meinung darüber zu bilden, anstatt dir von irgendwelchen Leuten erzählen zu lassen, wie veraltet oder wie schlecht dieses Buch ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn das Video ein bisschen länger war. Vielen Dank dir und ciao. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn das Video ein bisschen länger war.